Hallo und willkommen bei Phasmophobia. In diesem Mal kein Let's Play, sondern eine nützliche Information für die Leute, die in-game sprachlich nicht erkannt werden. Wenn ihr hier im Hauptmenü mit euren Freunden reden könnt, aber in-game ihr nicht zu hören seid und auch die Geister nicht auf euch reagieren, wenn ihr redet, habt ihr wahrscheinlich, wie ich auch, eine Kleinigkeit übersehen. In den Optionen, nicht bei Audio, sondern unter PC-Einstellungen, gibt es hier unten den Punkt Lokales Push-to-Talk. Das müsst ihr ausschalten. Das war bei mir mein komplettes Problem, dass ich in-game nicht gehört worden bin, weder von Spielern noch von Geistern. Im Hauptmenü hat es funktioniert, also hier in der Lobby. In-game nicht. Versucht mal lokale Push-to-Talk auszuschalten. Interessanterweise über Funk war ich auch nicht zu hören. Ich habe mich zuerst in den Audio-Einstellungen rumprobiert und alle haben gesagt, ja, das liegt vielleicht an meinen, äh, an meinem kleinen Mischpult, dass das irgendwie nicht erkannt wird. Ne, hier, der Sprachtest wurde ich erkannt, nur in-game nicht. Und ja, ganz versteckt bei den PC-Einstellungen. Probiert das mal aus und sagt mir doch dann bitte Bescheid, ob es bei euch dann funktioniert. Ich denke mal, dass dieses das hauptsächliche Problem ist. Im Internet findet man ja alles Mögliche, von Cortana aktivieren, Sprachpakete runterladen, hat alles nichts gebracht. Problem wieder vom Computer, nicht im Computer. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.